Ja moin und herzlich willkommen bei Voltos. In der heutigen Folge der Smart Facts möchte ich dir gerne den neuen Dimm-Aktor 4-fach von Gira vorstellen. Im Jahr 2020 hat Gira eine Vielzahl an neuen KNX-Produkten auf den Markt gebracht. So haben wir euch im letzten Jahr unter anderem den neuen Tastsensor 4, den neuen Gira Außenbewegungsmelder Cube, die neuen Jalousie- und Schaltaktor und auch zu guter Letzt den neuen KNX-Taster vorgestellt. Das Jahr 2021 beginnt auch wieder sehr positiv und zwar mit dem neuen Dimm-Aktor 4-fach von Gira. Dimm-Aktoren an sich gibt es ja von jedem klassischen Hersteller eigentlich im Standardsortiment. Bisher haben sich eigentlich zwei Hersteller herauskristallisiert, die wirklich richtig gute Geräte gemacht haben. Das waren Theben und MDT. Und Gira hat jetzt die Chance genutzt und hat den vorhandenen Dimm-Aktor komplett neu gemacht und hat jetzt mit dem neuen 4-fach-Dimmer ein richtig starkes Produkt entwickelt, was wir euch heute gerne mal näher vorstellen wollen. Es fängt schon damit an, der Dimm-Aktor ist extrem klein, also ähnlich wie der Theben, hat er auf 4 TE 4 Dimm-Kanäle. Das macht die Sache in der Verteilung extrem charmant. Gleichzeitig hat er sehr, sehr große Klemmräume bis 4 Quadrat beziehungsweise 2 mal 2,5 bekomme ich da locker unter. Der Dimm-Aktor an sich hat eine Leistung von maximal 4 mal 225 Watt. Das muss man dazu sagen, das betrifft dann Glühbirnen. Bei LED-Leistung, je nachdem welchen man dort dran betreibt, reduziert sich die Leistung. Man kann die verschiedenen Kanäle auch zusammen, also parallel schalten und es lassen sich somit dann knapp 850 Watt als einkanaligen Aktor somit realisieren. Das aber auch, wie gesagt, nur in Verwendung mit Ohmschallast. Aber wer hat das heute überhaupt noch? Da muss man auch sagen, Gira hat sehr großen Wert darauf gelegt, dass die Applikation bzw. die Dimm-Philosophie an sich fast ausschließlich auf LED-Leuchtmittel ausgelegt ist. Das merkt man auch wirklich. Man kann natürlich auch Ohmschallast mit ihm steuern, klar, kein Problem. Aber LEDs lassen sich extrem gut mit ihm steuern. Wie auch schon beim neuen Schalt- und Jalousie-Aktor gibt es den Dimmer in zwei verschiedenen Varianten. Es gibt ihn einmal in der Standard-Variante und in der Komfort-Variante. Wir schauen uns die Komfort-Variante an, denn ich denke mal, auch die wird die meistverkaufte werden. Denn man will ja natürlich gerne mehr Funktionen haben, als man eigentlich braucht. Ja, haben ist besser als brauchen. Und der Komfort-Dimmer bietet wirklich fast alle Funktionen, die man sich so vorstellen kann. Und die man wirklich brauchen kann oder gegebenenfalls brauchen kann. Und von daher schauen wir uns nachher im Anschluss zum Video die Applikation gemeinsam an. Und wir schauen uns jetzt auch gleich an, wie das Dimmen aussieht dazu. Hierzu haben wir uns zwei Leuchtmittel einfach mal genommen, die relativ häufig vorkommen. Zum einen ein klassisches GU10-Leuchtmittel. Das ist ein Philips Dim-Tone mit insgesamt 3,7 Watt. Wir haben auch noch 4,5 Watt Leuchtmittel mit dem Einsatz. Die schauen wir uns gleich an. Und ich habe mal in der Kiste rumgekramt ein E27 LED-Leuchtmittel. Hier auch von Philips mit ein bisschen mehr Leistung, um das Dimmen dementsprechend schön darzustellen. Die werden wir jetzt mal anschließen. Und werden sie dann mit dem Dimmer verbinden und dementsprechend alles parametrieren. Und dann können wir uns gleich an. Wie ihr gerade gesehen habt, die Dimmung oder das Dimmverhalten ist extrem harmonisch. Also ich habe jetzt relativ wenig in der Applikation eingestellt. Ich habe eigentlich nur den Automatikmodus aktiviert. Ich habe die Dimmzeiten ein bisschen angepasst. Okay. Aber ansonsten ist das die Standardeinstellung gewesen. Und dafür macht der Dimmer schon genau das, was er soll. Und auch in einer extrem guten Qualität. Jetzt muss man dazu sagen, es sind natürlich, ich nenne es mal Laborbedingungen. Man muss natürlich dazu berechnen, in der Regel kommt natürlich auch noch, keine Ahnung, 20, 30, 40 Meter Kabel zwischen dem Dimmaktor und dem Leuchtmittel dazu. Das verändert natürlich das Dimmverhalten. Aber auch hier lässt sich der Dimmer in der Applikation sehr fein einstellen. Und hier findet man auf jeden Fall auch die richtige Einstellung für seine eigene Anwendung. Was ist eigentlich euch wichtig bei einem Dimmaktor? Was ist euch wichtig bei einer Applikation? Seid ihr mit dem zufrieden, was zurzeit auf dem Markt ist? Was fehlt euch gegebenenfalls noch? Lasst uns gerne eure Kommentare unten einmal da, sodass wir auch da mal schauen können, was wird eigentlich am Markt wirklich benötigt. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen hoch wieder freuen. Und natürlich, wenn ihr Fragen habt zum Produkt, wenn ihr Fragen habt zu den anderen Gira KNX Produkten aus dem letzten Jahr, kommt natürlich wie gewohnt gerne auf uns zu. Schreibt uns oder ruft uns natürlich auch gerne an. Die Applikation und die ETS schauen wir uns jetzt gleich nach dem Auto gemeinsam noch an. Und ja, in dem Sinne, bleibt schön smart. Wie alle neuen Gira KNX Geräte ist auch der Dimmaktor mit KNX Data Secure ausgestattet. Im Reiter Allgemein haben wir jetzt die Möglichkeit auszuwählen, wie viele Kanäle wir verwenden, beziehungsweise ob wir verschiedene Kanäle parallel betreiben wollen, um die Leistung dementsprechend zu erhöhen. Das wird auch dann immer schön dargestellt mittels diesem Anschlussbild, da ich dann sehe, welche Kanäle wie zusammengeschaltet sind. Was ich ganz cool finde, ist die Thematik der Kanalparameter. Wir können also hier sagen, dass alle Kanäle gleich behandelt werden sollen. Dann fällt hier auf der linken Seite alle anderen Dimmkanäle weg und alle Kanäle werden wirklich gleich parametriert. Das macht wirklich dahingehend Sinn, denn häufig ist es ja so, dass die Einstellung eigentlich eh bei jedem Kanal gleich ist. Und somit können wir uns das Thema sparen, irgendwelche Sachen zu kopieren oder dass beim einen oder anderen Kanal was vergessen worden ist. Des Weiteren kann man hier unten auswählen, wie viele Kanäle wirklich dann aktiv sind. Dementsprechend kann ich mir dann die inaktiven wegschalten. Zentralfunktionen, das gleiche Thema wie auch schon bei den Schaltaktoren. Ich kann also bei dem Komfort-Dimmer diverse Zentralfunktionen hinterlegen und dementsprechend den Dimmer auf verschiedene Werte hören lassen. Ich habe verschiedene Logikfunktionen, die ich dementsprechend auch noch mit reinnehmen kann und auch dementsprechend noch aktivieren kann. Handbedingungen kann ich dementsprechend auch deaktivieren oder aktivieren, wie ich das gerne halte. Und bei der Statusanzeige, da ist sich Gira der neuen Ausrichtung auch sehr treu geblieben, so wie es auch beim Schaltaktor ist, dass wir also die Statusanzeige auch gegebenenfalls über ein Objekt steuern können, um dementsprechend die LEDs nur dann anzuschalten, wenn man sie wirklich braucht. Weil jetzt sind wir mal noch mal ehrlich, in den meisten Fällen ist der Schrank zu und es interessiert eh nicht, welcher Status LED gerade an ist. Das heißt, wir können uns da noch ein bisschen Leistung sparen in der Verteilung. Bei den Dimmkanälen, hier natürlich schön mit der Möglichkeit auch den Namen einzugeben, was mittlerweile fast schon Standard ist. Wir haben hier verschiedene Lastarten, die wir mit reinnehmen können. Ich bleibe eigentlich immer ganz gern bei Universal. So ist es auf jeden Fall gewährleistet, dass wenn ich mein Leuchtstoff, ein Leuchtmittel wechsle, dass dementsprechend auch dann automatisch das Leuchtmittel eingemessen wird. Ansonsten, wenn es da irgendwie zu Problemen führt, kann man auf jeden Fall gerne dann hier die verschiedenen Varianten auswählen. Den Helligkeitsbereich kann ich entweder als Grundhelligkeit, hier wird in verschiedenen Stufen angegeben. Was da hinten dran steckt, bin ich ehrlich noch nicht ganz durchgestiegen. Ich arbeite hier eigentlich immer ganz gern mit der Minimalhelligkeit und hier bringt uns auch jetzt nicht die Kontexthilfe weiter. Auch hier beim neuen Dimmer ist die Gira Kontexthilfe auch wieder mit drin. Das heißt, wenn irgendwie mal Fragen aufkommen, was welches Feld zu bedeuten hat, an der Stelle kann ich dann unten nochmal mir ein paar Tipps abholen. Einschalt- und Dimmverhalten, also die Einschalthelligkeit, kann ich auch nochmal angeben. Dann, auch diese Thematik, was soll passieren, wenn ich ein Helligkeit-Wert, also ein Byte-Objekt empfange, soll angesprungen, angedimmt oder soll ein Fading stattfinden. Das Fading finde ich eigentlich ganz cool. Wenn ich mehrere Kanäle habe, werden die halt eben nicht irgendwie über eine gewisse Zeit angefahren und nicht in irgendwelchen unterschiedlichen Zeiten, sodass wirklich der Dimm-Vorgang von 50 auf 100% beispielsweise 20 Sekunden dauert. Und genauso lang würde auch diese 20 Sekunden dauern, wenn ich von 0 bis 100% dimme. Das heißt, ich habe ein sehr viel harmonischeres Dimmverhalten an meinem Kanal. Ja, hier kann ich den verschiedenen Kanälen noch die Zentralfunktion zuordnen. Die Punkt, Punkt, Punkt sagen natürlich dann aus, wenn ich einen Namen angegeben habe, dass die dann dementsprechend auch mit dabei sind. Gehen wir noch ein bisschen tiefer in die Einstellmöglichkeiten ran. Was beim Gira-Dimm-Aktor wirklich cool gelöst ist, sind die verschiedenen Dimm-Kennlinien. Mir ist bisher noch kein Dimm-Aktor bekannt, der das wirklich schön darstellt. So muss man es sagen. Ich kann hier einmal unterscheiden zum Kennlinienverlauf im Zeitbereich. Also sprich, wenn ich normal dimme über ein 4-Bit-Objekt und wenn ich dimme über ein Wert-Objekt. Das heißt, wir können jetzt hier verschiedene Parameter ändern. Wir sagen einfach jetzt, wenn ich normal dimme, hätte ich ganz gerne drei Bereiche. Und diese drei Bereiche kann ich jetzt dementsprechend anpassen, wie was passieren soll. Die Grafik hilft dabei auch ungemein zu verstehen, wann welcher Dimm-Bereich irgendwie zur Verfügung steht. Im Wertbereich haben wir stattdessen verschiedene Kurvenfunktionen. Von Exponential, Kubisch, Quadratisch, Wurzelfunktion oder Logarithmisch. Hier kann ich also nochmal ganz gezielt darauf eingehen, wie das Leuchtmittel reagieren soll, wenn ich einen Wert auf den Dimm-Wert schicke. Bei den Freigaben haben wir Rückmeldung, klar. Wir haben Zeitverzögerung, eine Ausschaltfunktion, 10 Funktion, Betriebsstundenzähler, Treppenhaus, Verknüpfungsfunktion. Also eigentlich alles dabei, was man so haben muss oder was man haben kann. So muss man es sagen. Den Schaltstatus haben wir verschiedene Rückmeldung, Funktionen beim Helligkeitswert genauso. Also da ist eigentlich alles mit dabei, was man irgendwie braucht. Auch können wir dann zurückgeben, wenn irgendwelche Fehler am Leuchtmittel entstehen, Kurzschluss, Überlast oder die Lastart. Auch die könnten wir zurückgeben als KNX-Objekt, wer es braucht. Zeitfunktionen, ganz klassische Ein- und Ausschaltverzögerung, auch mal ganz nette Funktionen. Wir haben die Soft-Ein- und Soft-Aus-Funktionen, dementsprechend auch nochmal hier ein bisschen mehr Einstellmöglichkeiten, um das Dimmverhalten oder die Haptik des Dimmers dementsprechend auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Wir haben die verschiedenen Szenen, die wir einstellen können, auch hier sehr schön dargestellt in meinen Augen mittels einer Tabelle. Und auch dem Betriebsstundenzähler, um zu sehen, wie viele Stunden ein Leuchtmittel mit drin hat. Was mir jetzt bei der Applikation noch fehlt, ist das Thema der Tag-Nacht-Umschaltung. Hier wird Gira auch schon nachbessern. Hier haben wir schon das Gespräch mit Gira gesucht. Das ist ein Thema, das wird in den nächsten Software-Updates des Dimmers auch mit aufgenommen werden, sodass wir einfach dort, auch wie es bei anderen Dimmern der Fall ist, mittels eines Kommunikationsobjektes umschalten können, zwischen Tag und Nacht. Dass zum Beispiel nachts nur das Licht bis maximal 10% hoch gedimmt werden kann. Ansonsten, die Applikation wirkt wirklich frisch. Sie macht verhältnismäßig Spaß, auch da drin zu arbeiten. Die Kontexthilfe ist wieder mal wirklich sehr hilfreich, dadurch, dass doch viele Möglichkeiten in der Applikation bestehen, um dort gewisse Parameter zu variieren. Und ansonsten, wenn jetzt noch die Software-Updates zum Dimmer dazukommen, ist das auf jeden Fall ein sehr rundes Gerät. Die Bauform ist klasse gewählt mit nur 4 TE. Und eigentlich ist alles drin, was man so als Gerät braucht. Wenn ihr noch mehr Fragen habt zur Applikation, auch hier schreibt uns gerne unten in die Kommentare eure Frage mit rein und dann schauen wir uns das gemeinsam im Detail noch mal näher an. Ansonsten bleibt mir hier nichts anderes übrig, als wie gewohnt, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an. Ich empfie mir hier noch mal nähe. Ciao. Ciao. Vielen Dank.